In der Figur hier runter verbindet jeder Kreisbogen zwei Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit Seitenlänge 1 und hat die dritte Ecke als Zentrum. Frage, wie lang ist der Umfang der Figur? Wir bezeichnen die Länge von einem der Kreisbögen mit L, dann ist der gefragte Umfang 3 mal L. Hier ist dieses gleichseitige Dreieck, das angegeben wird und dieser Winkel beträgt 60 Grad, weil es ja ein Innenwinkel von einem gleichseitigen Dreieck ist. Dieser Winkel ist aber auch Zentriwinkel, der diesen Kreisbogen einschließt. Um also die Länge des Kreisbogens herauszufinden, müssen wir zuerst diesen Winkel in Radiant ausdrücken. 60 Grad entspricht Pi Drittel Radiant. Jetzt wenden wir die Formel an. Dieser Zentriwinkel in Radiant ausgedrückt ist gleich zur Länge des eingeschlossenen Kreisbogens, also L, geteilt durch den entsprechenden Radius, also 1. Somit muss Pi Drittel gleich sein zu L geteilt durch 1, woraus wir schließen, dass 3 mal L Pi ist. Aber 3 mal L, das ist der Umfang, den wir suchen. Also beträgt der Umfang Pi. Und deshalb ist A die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik Olympiade beantworten.